Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute klären wir unter anderem die Frage, ob Magnesiumzufuhr, Supplementation in der Schwangerschaft überhaupt nötig ist und ob, wenn man das denn tut, Magnesium tatsächlich die Geburt verhindern kann, also wehenhemmend wirkt. Viel Spaß bei der Folge. Viele Studien beschäftigen sich seit vielen Jahren, spätestens seit den 80ern des letzten Jahrhunderts mit der Frage, ob die Magnesiumzufuhr in der Schwangerschaft notwendig ist oder ob das vielleicht zu viele Nebenwirkungen hat. Hintergrund ist dieser, dass unbestrittenerweise der Magnesiumbedarf in der Schwangerschaft höher ist als bei der nicht schwangeren Bevölkerung. Die Frage ist, muss ich diesen Magnesiummangel irgendwie ausgleichen? Hat das irgendwelche Vorteile oder hat es sogar auch Nachteile? Grundsätzliche Frage ist natürlich, brauche ich Magnesium überhaupt? Ist das wichtig für meinen menschlichen Körper oder eben nicht? Und die Frage kann man relativ kurz beantworten. Es ist lebensnotwendig. Magnesium spielt an wahnsinnig vielen Prozessen eine Rolle. Nicht nur auf Enzymebene, sondern eben auch die Kommunikation unter Nervenbahn, Muskulatur, ob es unser Herz ist oder eben auch die Gebärmutter, sind abhängig von Magnesium. Und daher ist eine ausreichende Versorgung mit Magnesium auch sehr wichtig. Um es also kurz zu machen, ja, Magnesium ist sehr wichtig und gerade auch in der Schwangerschaft besteht ein Mehrbedarf. Warum ist das so? Zum einen, weil der Embryo und später auch der Fetus extrem viel Magnesium benötigen, um diese ganzen Wachstumsprozesse am Laufen zu halten. Das Kind zwackt sich also einfach das Magnesium ab von der Mama. Somit hat sie schon mal ein bisschen weniger für ihren Körper. Zusätzlich kommt hinzu, dass in der Schwangerschaft Nieren besser durchblutet sind. Das merken viele Schwangere direkt in der Frühschwangerschaft. Sie müssen häufiger auf Toilette. Das liegt unter anderem daran, dass hormonell die Durchblutung einfach dort gesteigert ist. Später drückt natürlich auch das Kind noch auf die Harnblase. Das kommt noch erschwerend dazu. Aber gleich am Anfang ist dieses Phänomen auch schon da. Und über diese vermehrte Ausscheidung geht auch eine Menge Magnesium verloren. Also haben wir schon mal zwei Komponenten, warum Schwangere auf jeden Fall einen erhöhten Bedarf haben, weil eben auch viel verloren geht. Und das äußert sich oft in Mangelerscheinungen. Zum Beispiel die klassischen Wadenkrämpfe nachts, aber auch Kontraktionen der Gebärmutter, aber auch das vegetative Nervensystem, also Darmprobleme, sind ein großer Aspekt von Magnesiummangel. Extra-Systolen, also ein Herzstolpern und Herzrhythmusstörungen, sind in der Schwangerschaft gar nicht so selten. Liegt auch daran, dass es hormonelle Umstellungsprozesse gibt, aber auch da kann Magnesiummangel eine Rolle spielen. Neuromuskuläre Störungen, zum Beispiel das klassische Augenlidzucken, was viele Schwangere haben. Studien haben gezeigt, dass 56% aller 14- bis 18-Jährigen, 38% aller 19- bis 24-Jährigen und 26% aller 25- bis 34-Jährigen Frauen, das ist ja das Alter, wo die meisten Frauen Kinder bekommen bzw. schwanger werden, die empfohlene Menge der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an Magnesium nicht erreichen. Es gibt sogar zahlreiche Hinweise, dass Magnesiummangel ein großer Risikofaktor ist für die Präeklampsie, also die Schwangerschaftsvergiftung, wenn man es im Volksmund so nennen möchte. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch hier oben einmal durchklicken und mal schauen, was die Präeklampsie eigentlich ist und was diese natürlich auch mit einem speziellen Magnesiummangel zu tun haben könnte. Denn Magnesium hat auch großen Einfluss auf unseren Blutdruck. Und die Präeklampsie zum Beispiel geht ja einher mit einem erhöhten Blutdruck in der Schwangerschaft. Nun gibt es für alle Arten von Mikronährstoffen, von Spurenelementen, Vitaminen, immer Referenzbereiche für das jeweilige Alter und für das jeweilige Geschlecht. Und bei Magnesium liegt dieser Referenzbereich zwischen 0,76 und 1,1 Millimol pro Liter. Man könnte jetzt also hingehen und sagen, ich nehme jeder Frau mit Kinderwunsch oder auch in der Frühschwangerschaft einfach Blut ab und gucke, wie der Magnesiumgehalt im Blut ist. Aber selbst wenn der Magnesiumgehalt im Blut normal ist, gilt das nicht immer fürs Gewebe. Es macht also wenig bis gar keinen Sinn, vorher schon sein Magnesiumgehalt im Blut zu messen und daraufhin erst die Supplementation vielleicht anzufangen, sondern man macht es bisher so, dass man eben auf Mangelerscheinungen achtet und dann erst Magnesium supplementiert. Ob das so sinnvoll ist bzw. was man alternativ machen könnte, erzähle ich gleich noch. Magnesium ist jetzt also nicht nur wichtig für die Mutter, sondern eben auch, das haben wir gehört, für das heranwachsende Kind. Also überlegt man sich jetzt natürlich alternativ zum Warten auf Probleme, dass man grundsätzlich einer schwangeren Frau Magnesium empfiehlt. Und das macht tatsächlich die Gesellschaft für Magnesium e.V. Sie empfiehlt, Schwangere schon zu supplementieren, ohne dass sie einen Mangel haben. Und zwar ist die empfohlene Dosierung 240 bis 480 Milligramm pro Tag Magnesium. Man könnte so also die Mitte nehmen und sagen, grob 300 Milligramm pro Tag ist okay, in der Schwangerschaft zu supplementieren. Da muss man aber auch aufpassen, in den meisten Schwangerschaftsnahrungsergänzungsmitteln, die ja fast jede Schwangere zu Hause hat, ist meistens auch schon Magnesium drin. Wenn man also zusätzlich supplementieren möchte, muss man gut abgleichen, was da schon drin ist und was darf ich überhaupt noch, damit man eben nicht überdosiert. Denn auch das gibt es und auch das kann gar nicht so ungefährlich werden, wenn Magnesium zu viel genommen wird. Dann ist die große Frage natürlich, ja, okay, ich nehme Magnesium, aber mir wurde ja gesagt, bis zur 36. Woche, dann muss ich aufhören, weil Magnesium bremst ja meine Wehentätigkeiten. Das heißt, meine Geburt geht gar nicht von alleine los. Stimmt das? Nein. Es gibt zahlreiche Studien und Evidenz, dass Magnesium-Supplementation nicht dazu führt, dass man keine Wehen bekommt. Und ganz im Gegenteil, man sollte sogar Magnesium weiternehmen und über die Stillzeit hinaus auch nehmen. Denn das abrupte Beenden von Magnesium führt in der Stillzeit oft dazu, dass die Frauen beim Stillen einen Vasospasmus bekommen. Das ist quasi ein Zusammenziehen von Gefäßen in der Brustwarze äußerst schmerzhaft und so macht das Stillen dann auch keinen Spaß mehr. Gibt es denn Nebenwirkungen von der Magnesium-Einnahme? Ja, es macht sehr oft den Stuhl sehr weich. Das ist in der Schwangerschaft oft eigentlich ein schöner Nebeneffekt, denn da leiden ja viele Schwangere unter Obszipation, also Verstopfungen. Ich habe aber von der Überdosierung gesprochen. Magnesium kann sogar sedieren. Es gibt so eine Magnesium-Narkose zum Beispiel. Das heißt, man muss auf jeden Fall mit seiner Ärztin, seinem Arzt, das vorher abklären, ob man jetzt und in welcher Menge Magnesium zu sich führen möchte. Also vorher kurzes Statement bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt. Ich nehme jetzt Magnesium. Ist das in der Dosierung okay? Gibt es irgendwelche Kontraindikationen für mich persönlich? Ist zum Beispiel eine Niereninsuffizienz? Wenn du also starke Nierenprobleme hast in der Schwangerschaft, dann solltest du kein Magnesium zu dir nehmen zusätzlich. Wenn man das also so jetzt zusammenfassen möchte, kann man sagen, Magnesium super wichtig für Mutter und auch Kind und man hat als Schwangere und auch Stillende meistens einen Mangel an Magnesium, weil vermehrt abgezwackt wird. Also macht die Supplementation von roundabout 300 Milligramm pro Tag durchaus Sinn. Achten musst du natürlich auf deinen Stuhlgang. Wird der zu weich? Könnte man auch als Tipp geben, es über den Tag verteilt einzunehmen, das Magnesium und nicht alles auf einmal. Und natürlich die Rücksprache mit deiner Ärztin und deinem Arzt gehört auf jeden Fall dazu. Nicht vergessen, Magnesium kann keine Wehen auslöschen, kann sie nicht verhindern. Und vor allen Dingen, das Absetzen hat eher den nachteiligen Effekt, dass es dann zur reaktiven Anspannung kommt von Gebärmutter. Das macht Schmerzen oder aber auch, ich habe es erwähnt, vom Vasospasmus beim Stillen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest ein bisschen was mitnehmen. Lass mir auf jeden Fall ein Abo da. Dann weiß ich, dass das hier gut ist und gewollt ist. Und dann kann ich auch weiterhin so schöne Videos machen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.